und bald neunzen zu den vfb news dieser woche wäre wieder einiges zu besprechen natürlich unter anderem gonzalez und auch müller haben aber auch natürlich schon in einzelvideos getan die gerne mal abchecken auch wieder alle links alle quellen alles wieder in der video beschreibung zu finden für euch natürlich hier am freitagnachmittag also ja meine quellen sind so 13 uhr 13.30 quasi das letzte mal dass ich ein bisschen refreshed habe auf twitter und so weiter wird natürlich aufgeteilt auch in der video beschreibung sind die quellen wieder aufgeteilt block 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 quasi auch mit leerzeilen drin ja wir legen los mit silas das hat man auch schon letzte woche habe ich noch angepinnt in die kommentare quasi direkt nachdem ich online gestellt habe auch noch kam natürlich zur zur personalie sie das auch sehr wichtig war der dfb legt die strafe fest für silas er kriegt eine geldstrafe in höhe von 30.000 euro und bekommt wegen unsportlichen verhaltens für drei monate bis einschließlich dem 11. september ja eine spiel sperre was dann ja zum glück der dfb so entschieden hat und was der dfb auch so entscheiden konnte recht problemlos weil so konntest du ihm eine faire strafe geben bisschen ja klar bisschen bisschen bußgeld auch noch aber halt eine die dann auch moralisch nicht so krass zu hinterfragen ist von wegen muss man den wirklich sperren dann weil es sowieso nicht stört der kollege ist noch länger verletzt als die sperre läuft vermutlich oder sehr wahrscheinlich ist noch länger verletzt als diese sperre läuft von dem ja eher symbolisch muss auch getan werden eine sperre ist da oder irgendeine strafe ist da völlig angebracht deswegen finde ich recht gut gelöst so die andere frage natürlich wie es natürlich auch alles dann rechtlich gelöst wird ja mal gucken also hier natürlich in kommentaren auf twitter ein bisschen ne ja diskutiert beim kicker kam quasi raus von dem strafrecht dass viel dafür spreche dass das verfahren per einstellung endet da hat einer als rechtsanwalt was dagegen gesagt er meint ja dass das übergeordnete ziel sein muss das aufenthaltsrecht und die arbeitserlaubnis zu bewahren und er denkt darüber hinaus dass es eine bewährungsstrafe samt hoher geldstrafe geben könnte mal gucken wie lang da als das ganze tam tam drumherum dauert wie lange es passiert wie lange es sich noch zieht bis wir auch quasi eine rechtliche strafe haben vom fußball weg hoffentlich wird die auch moralisch und so ich sage mal akzeptabel für silas und für den vfb und natürlich halt für sie das da geht es ja nur um sie das nur um die person nicht um den fußball dann natürlich was auch gleichzeitig aufgaben so ein bisschen sie das verlehrung in der mache ja würde ja passen aus auch titelsberger meinte hier ich möchte da nichts ausschließen ich will nicht leugnen dass das auch zur sprache kam sie ist ein super spieler erst bundesliga rucki des jahres natürlich ein schönes zeichen habe es gerade gar nicht im kopf wie lang der kollega uns gebunden ist aber ich denke mal auch bis 23 24 tippen auf die 24 da sind einige gebunden bis zur 24 könnte man symbolisch ist noch mal natürlich noch mal verlängern mal schauen was da so passiert wir gehen weiter zur ja zunächst großen personalie ziel das wäre auch genauso wie er wahrscheinlich dick in gerüchten gewesen wenn er eben nicht verletzt wäre wie nicolas gonzalez ja hieß erstmal dass wir aus der premier league von brighton wohl irgendwie 29 millionen euro geboten bekommen würden dahin geht es wohl aber nun doch nicht es wird wohl doch florenz werden schreibt auch der kicker da stehen 27 millionen im raum inklusive also da schon eingerechnet irgendwelche ja bonuszahlungen halt ne und gonzalez heimatklub schreibt der kicker bekommt rund 12 prozent von der ablösesumme kann auch sein dass es vom ablöse plus ist also ich glaube wir haben achten halb gezahlt für ihn dass es dann zwölf prozent davon sind keine ahnung auf jeden fall bekommen die ein bisschen kohle weiterkaufsbeteiligung ne ist glaube ich recht normal in solchen transfer es wurde damals eingebaut ähm man zahls wie gesagt hätte bei uns noch vertrag bis 2024 ähm florenz natürlich auch sehr interessant weil wie gesagt es hieß ja kurz brighton oder vielleicht tottenham oder doch irgendwas anderes ähm könnte nun daran liegen dass es ja bei frei das ist bei breiten dass es bei ähm florenz auch ein bisschen beef gab im verein ähm ne gattuso italienische fußballlegende war da eigentlich trainer ist aber nach 22 tagen am amt ja wieder raus raus von florenz weil er sich nicht einig werden konnte ähm mit ja mit seinem manager quasi seiner sportlichen führung quasi über transfers eben das heißt kann gut sein dass sich da jetzt eben halt der manager durchgesetzt hat der dann wohl auch gonzalez haben will vielleicht war das auch einer von eins der gesprächsthemen auf jeden fall ähm ja stehen die gerade dann quasi ohne trainer da florenz so wie es aussieht ähm und der sport kolleg da von denen der sport äh ja vorstand der sportdirektor oder whatever hat wohl schon gut bock auf gonzalez die bild schreibt auch auch sky auch alle viele schreiben auch fabrizio romano hat es wieder geschrieben die here we go transfer legende alle schreiben es wird nur noch eine frage zeit sein bis der transfer offiziell verkündet wird glaube ich ähm bild schreibt hier von 23,5 millionen euro ähm es fehlt nur noch der medizincheck in italien scheinbar plus eben die 4 millionen euro die durch bonuszahlen kommen könnten damit wären wir bei 27,5 millionen und wir der vfb wir hätten sich äh scheinbar auch eine weiterverkaufsbeteiligung gesichert ähm ja die schreiben jetzt hier nichts von der weiterkaufsbeteiligung von den argentinien vielleicht haben sie auch da irgendwie verschrieben und meinen eigentlich die argentinier äh von den gonzalez kam ich glaube aber nicht würde ja auch sinn machen dass wir vielleicht dann doch mal nochmal irgendwie 1-2 millionen einnehmen könnten wenn er eben doch nochmal den größeren schritt macht dann und dass wir dann eine weiterverkaufsbeteiligung ja uns gesichert haben macht glaube ich mehr als nur sinn bei dem transfer weil ich glaube auch dass gonzalez nicht als endziel sieht bei florenz zu spielen bis zum karriereende ja ich glaube das einzige ziel von ihm ist vielleicht so ein bisschen ja sich ins schaufenster zu stellen in der italienischen liga was auch so halbwegs sinn macht ich finde die liga passt zu ihm glaube ich ähm ich sehe ihn irgendwie so vergleichsweise wie so ein lautaro martinez bei inter irgendwie quasi so so in dem bereich von vereinen auch ähm da kann sich ein bisschen in den fokus spielen und florenz klar wurden auch nur dreizehnter ähm also gerade jetzt aktuell in der letzten saison ist das kein schritt nach vorne sportlich würde ich sagen kein besonderer ähm einfach nur einen schritt weg vom vfb und halt den nächsten schritt machen kostet was es wolle doof gesagt aber tendenziell ist natürlich florenz schon noch eher dran an europäischen plätzen als der vfb in der bundesliga würde ich mal behaupten ähm trotzdem natürlich für uns ein bisschen schade aber am ende des tages soll er hinwechsen wo er will doof gesagt ich finde es ein bisschen schade brighton wäre noch affiger gewesen aber wenn wir eben nur als fans drauf gucken was kriegen wir von ihm am ende des tages was bleibt übrig das geld und da hat hätte halt brighton scheiber nochmal ordentlich mehr kohle gezahlt wenn das so stimmt aber gut das ist halt das einzige was ich ein bisschen schade finde ähm aber wenn er eben unbedingt weg will plus das ist ja bei allen so wir haben überall keine ausschiebsklauseln drin in den verträgen man hat ja auch schon gehört dass da überall das gentleman's agreement gibt von wegen wenn man sagt jo ich will gehen ähm dann legen wir dir nicht so viele steine in den weg weil du hast eben diese ausschiebsklauseln nicht eingebaut hat sich für den vfb immer gut eingesetzt und so weiter und so fort und da wahrscheinlich tippe ich mal darauf dass ganz einfach kein bock hat auf brighton und wahrscheinlich dachte jo florenz ist der klub da will ich jetzt hin das ist mein schritt transferiert mich zu florenz äh oder ich bin schlecht gelaunt wird es übertrieben gesagt quasi ähm und deswegen vielleicht ja eben nicht die millionen aus brighton kommen sondern eben aus florenz und eben da ein bisschen weniger kommen ähm ist halt auch alles andere als top 16 klub keine ahnung es ist ein anderer transfer wie von kobe zu dortmund oder das kaleitschgericht was man später noch haben ja der klub ist komisch ein bisschen die ablöse scheint in akzeptable richtung zu gehen auch wenn man ein bisschen mehr aus england hätte bekommen können aber man wollte 25 mindestens haben die kriegt man irgendwie zusammen durch bonuszahlungen durch äh weiterverkaufsbeteiligung also die summe wird am ende des tages schon irgendwie okay sein und da mal gucken was gonzalez ja in italien reisen kann weil danach sieht es ja aus dass er dahin wechseln wird so das war jetzt recht lange wir machen weiter mit weiteren transfers ähm al-gadoui sicheres ding offiziell er verlängert bis 2022 beim vfb ähm ja netter transfer sympathischer transfer hat konnte sich ja nicht so ein ja nicht so ein finden in die mannschaft oder in die bundesliga mannschaft einfach auch wegen verletzungen und so weiter backup stürmer gerne wird auch nicht wird auch nicht sonst was verdienen sehr sehr gerne da behalten den sympathischen kollegen und auch perfekt der transfer habe ich auch schon video behandelt florian müller wir haben unseren stammkeeper gefunden knapp fünf millionen ablöse scheinbar oder basis ablöse fünf millionen grob das ist ein drittel von dem was wir kobe bekommen haben ohne da jetzt wirklich großartig qualität einbuße zu machen bestimmt kann man sagen ticken einbüßt von qualität einfach weil eben kobe diese transfersumme an sich hat weil er eben jetzt bei so einem großen club spielt aber an und für sich ist müller wirklich bei weitem also nicht im ansatz irgendwie ein downgrade deswegen und dafür ein drittel gezahlt von der ablöse die wir eingenommen haben top transfer natürlich auch ein bisschen geholfen dass der kollege nächstes jahr der vertrag ausläuft weil markt hat er ja eigentlich von acht millionen gab wenn ich es richtig im kopf habe ja das westfalenplatz schreibt dazu noch das nächste dem wir scheinbar so ein bisschen auch schon fast sicher haben ist nämlich führig ja da geht es nur noch um die transfersumme die haben ja glaube ich irgendwie für 500.000 800.000 eine millionen sowas abgeholt vom bvb hat diese eine gute ja serie gespielt eine gute saison gespielt bei paderborn sonst kann ich zu dem kollegen nicht großartig viel mehr sagen wirkt keine ahnung ist so ein bisschen random finde ich fast der transfer wenn er kommt ein bisschen random ist jetzt einer bei dem er auf einer summe her weil das ich zahle es anderthalb zwei millionen oder sowas dann wird es auch nicht so schlimm sein oder auch zu verkraften sein wenn er vielleicht nicht komplett einschlägt ähm 23 bisschen unbeschriebenes blatt der kollege erinnert mich so ein bisschen an tommy transfer damals im winter der auch kam von augsburg für unter einer millionen glaube ich und auf einmal eingeschlagen hat eine rückrunde also zumindest in der einen rückrunde unter kirkut gut gespielt hat ja keine ahnung wenn und wenn misselt hat er absolut bock drauf hat und sagt jo den will ich haben mein wataru endo war damals auch ein recht unbeschriebenes blatt mit ja japanischer spieler der jetzt irgendwie in die was war das in die belgische liga ausgeliehen war oder sowas und den holst du dann das war auch nur den einfach keine sau kannte so wo man dachte jo auch nicht so jung mehr der war ja glaube auch damals schon 26 oder so 24 26 der jetzt hier auch schon 23 aber wäre der nächste der einfach komplett random vielleicht einschlagen könnte es hat eine position wo wir irgendwie schon genug haben das ist so flügel zom also offensiv zentral offensiv keine ahnung also irgendwie da haben wir doch fast schon genug außer halt solche gerüchte wie wir es ja hatten die ich auch für sinnvoll halten würde wie ein clement und ein tommy beispielsweise zu schalke würden lücken reißen die erfüllen könnte also vielleicht hat man auch im hinterkopf dass eben leute auf den positionen wo man dann vermeintlicherweise überbesetzt ist auch schon ja eben noch ein bisschen bisschen leerer werden und dann wieder gefüllt werden dürfen ein ersatz für nicolas gonzalez der in gerüchten kommt ist jesper karlsson der persönlich auch nicht viel gesagt hat bin ich ehrlich man kann sich die highlight videos so ein bisschen angucken die highlight videos der kollege bockt schon also ist auch irgendwie ein bisschen bisschen doof ja ein bisschen untypisch für einen schweden so geil nicht so geil zu kicken aber so so straßenfußballer mäßig zu kicken so mit tricks und hier eine geile annahme da einfach mal einen kurzen rabona rausholen der spielwitz der hat bock zu kicken der kollege 22 jahre alt bei alkma unter vertrag ist da glaube ich auch erst vor dieser saison hingewechselt markt wird auch extrem gesteigert glaube ich jetzt irgendwie was war es acht millionen mark wert oder zehn millionen elf millionen irgendwie sowas auf jeden fall wollen sie zwölf millionen ablösung mehr haben können sie glaube ich auch wollen weil der eben auch einen vertrag bis 2025 hatten es ist auch zwölf tore neun vorlagen gemacht also auch sehr starkes sorg gespielt da in holland bei alkma der schwede ja und wirklich wie gesagt rein von diesem highlight reel gesehen geholen das ist einfach ein schwedischer silas auf links vom spielwitz her auch einen abschluss hat er schon hat er bringt er schon mit im gepäck hätte ich bock drauf den kollegen werden glaube ich möglich ein guter ersatz für gonzalez und halt da auch wieder für weniger als die hälfte von dem gonzalez oder ja ja so grob die hälfte von gonzalez den kann man sich safe mitnehmen ist natürlich auch die sache dass natürlich da auch andere klubs interessiert sind ist ja logisch bei spielern mit solchen talenten solchem kaliber der kollege auch bei der schwedischen nationalmannschaft nach nominiert worden noch nicht gespielt bisher aber nach nominiert worden mal gucken am besten bleibt auf der bank gucken und schätze ich nicht noch weiter ins schaufenster mal gucken was da so geht wer glaubt man dass das den ich tendenziell mal feiern würde hat auch jemand quasi so ein bisschen ein fazit schon mal gezogen also ein bisschen gerechnet abgänge kobe 15 millionen plus boni gonzalez 25 millionen plus boni kämpf sieben millionen und zugänge müller fünf millionen führig drei millionen stadt erbeck zwölf millionen carson zwölf millionen wäre immer noch ein plus von circa 15 millionen ohne großqualität einzubüßen da könnte man meiner Meinung nach auch die ablöse für schlotterbeck zahlen schreibt twitter user hier gehe ich ja an und für sich mit problem ist halt ja vor allem die beiden namen kämpf und schlotterbeck weil kämpf da kommt halt gerade nichts mehr an gerichten da sehe ich gerade keinen klub der uns sieben millionen für kämpf zahlt ich habe das gefühl du bleibst also klingt jetzt böse also wer gut behalten könnte ist aber du bleibst so gesehen doof sagt auf kämpf sitzen so bis nächsten sommer bis der vertrag ausläuft oder in vielleicht doch noch mal verlängert werden das ist so und schlotterbeck ist dann ohne kämpfeinnahmen glaube ich auch nicht zu finanzieren das einzige halbgericht was wir zu schlotterbeck haben da ist auch sehr leise geworden ist dass er jetzt mal wieder investigativ von den twitter user natürlich am start hier gewesen den instagram post geliked hat vom vfb dass wir florian müller verpflichtet haben ist das auch das thema also der der müller war ja auch in den nationalmannschaften genauso wie der schlotterbeck vielleicht kennen sich einfach daher schon aber ja keine ahnung das gerücht ist auch fast ein bisschen tot ist die ganze dieses diese seite von kämpf und kämpf abgang und dann eben auch kämpf kämpf ersatz ist ein bisschen abgeflacht die gerüchte ecke dafür die andere ecke quasi mafropanos auf rechts sonst bleibt ja wirklich nur anton übrig aus den drei leuten haben wir ja scheinbar sind wir ein gespräch mit arsenal um den wirklich auch fest zu holen scheinbar gibt es fortgeschrittene gespräche über den festen transfer zu uns ablösen wir von rund acht millionen euro ist da im raum ja acht millionen klingt schon nach einer summe aber könnte man theoretisch auf den tisch legen vielleicht auch mal überlegen ob du vielleicht doch noch mal leihe und kaufoptionen draus machst und dann eben noch mal ein jahr guckst wie schlimm verletzungsanfällig ist er denn wirklich weil das immer so ein bisschen negativ ist bei ihm aber ich glaube arsenal will lieber verkaufen statt verleihen deswegen mal gucken was da so passiert acht millionen verkriegt man ein bisschen runtergehandelt aber sonst wäre ich auch tenenzell dafür dass du einen mafropanos hältst hier auch interessant laut bildsetz missen hat alles daran dass anton endo mangala sascha und sosa unbedingt gehalten werden und missen hat schreibt natürlich mit einem appell fragezeichen sascha weiß auch dass wir zu ihm gestanden haben als er verletzt war wir haben immerhin geglaubt keinen nachverpflichtet bringt uns zum nächsten gerücht nämlich oder zum letzten transfergerücht auch von dieser episode quasi und diesem podcast aus dieser woche ja ac meiland scheinbar interessiert an sascha kalajic ähm ja bei ihm ist was anderes wie bei gonzalez also oder auch bei kobe kobe auch schon ein zwei jahre ein zwei drei jahre bundesicher gespielt oder zwei jahre gespielt bundesicher gespielt stammhüter gespielt gezeigt was er kann gonzalez auch ähnlich auch schon lange dabei lange beim verein gewesen kalajic ziehe ich so ein bisschen aus zwei ecken also eine ecke ist dass natürlich sein marktwert extrem hoch gepusht hat der vfb will ja auch mindestens 25 millionen haben kann man auch 100 prozent zu fordern äh der vertrag ähm ja läuft 2023 aus kam vor zwei jahren vor für weniger als zwei millionen euro von admira admira wacker zu unserem vfb ähm ja keine ahnung ich glaube dass die summe wirklich fast schon das höchste ist was du jetzt erstmal einnehmen kannst für kalajic weil ich ich will es gar nicht schwarz malen ich glaube ich traue auch eine gute saison zu aber nicht noch mal so eine richtig gute saison und weil letzte saison war ja auch so eine halbe dreiviertel saison war die kam ja noch recht oft von der bank noch am anfang der saison vor allem ich sehe es einfach fast nicht dass man noch mal so eine dermaßen krass gut scorende saison spielt deswegen glaube du kannst den fast jetzt für einen absoluten höhepunkt verkaufen wenn 25 millionen oder 25 millionen plus x ähm ich glaube kaum dass nächsten sommer mehr bekommen wird es ich glaube es geht eher einen ticken runter mal gucken ist irgendwie so ein bisschen so ein bisschen mein gefühl bei ihm ähm vor allem wenn er eben so ein bisschen alleine gelassen wird eben ne gonzalez weg ist und so weiter und er quasi die der nummer ein stürmer ist auf den wir uns verlassen müssen ähm ja keine ahnung irgendwie habe ich das so ein bisschen bauch gefühlt dass er nächstes jahr ähm nicht auf einmal für 35 millionen zu verkaufen ist sondern wir das wirklich mit 25 sie schon gut gut summe machen würden ähm andere ecke ist halt ja ist ja wirklich die sache der kommt halt für zwei millionen verletzt sich wir füttern ihn übertrieben gesagt ich meine er kann nichts dafür ne verletzung war auch für ihn scheiße aber wir füttern ihn doof gesagt ein jahr lang durch dann kriegt er zwei drei minuten in der zweiten liga weil er hat alles nach hinten verschoben wurde durch corona sonst hätte er auch keine sekunde gespielt in der zweitiger saison und dann macht er halt wirklich eine gute bundesliga saison bei uns und sagt dann jo war schön ciao keine ahnung mein du könntest es ihm auch nicht angreifen milan james club scheint wieder ein bisschen auf dem aufweg zu sein hier beim kicker schreiben sie von einem legitimen nachfolger von als das latan ibrahimovic wäre natürlich auch krank ne von der größe wird es passen aber natürlich auch krank so in die fußstapfen zu treten und milan auch geht mehr in die richtung von top 16 club also vom klub her gefällt mir das schon deutlich deutlich besser als florenz oder so beim bei gonzalez du kannst ihm auch nicht übel nehmen auch da keine ausschiebsklausel drin auch da gentleman's agreement jo wenn du geil kickst dann klar dass die top klubs kommen dann legt man dir nicht unbedingt 18 steine in den weg ja weiß ich aber trotzdem nicht ich fände es irgendwie charakterlich ein bisschen schwieriger bei 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 ihm als einfach so dermaßen früh wäre auch so dicker publikumsliebling geworden neben kobe der nächste der gehen würde wie gesagt durchgefüttert an ihn geglaubt kein nachverpflichtet kein stürmer geholt gesagt komm der schafft es der ist unser erstlicher stürmer oder halt neben gonzalez unser erstlicher stürmer das fände ich irgendwie keine ahnung charakterlich wir haben immer charakterlich das falsche wort befände ich das richtige wort dafür eingeraten aber irgendwie fände ich das ein bisschen schwieriger als ein gonzalez transfer mal gucken was da kommt ob das noch ein bisschen genauer wird mit milan wird sehr interessant dann auch hier noch ein bisschen u21 noch kurz vor schluss vor dieser episode die haben nämlich auch dieses so abgeschlossen am 12 juni mit einem 7 zu 1 torfestival haben da wirklich auch glaube ich eine solide sorge spielt nicht dass jetzt groß verfolgt hätte aber das was mitbekommen hat haben sie eine sehr solide sorge spielt die u21 acht spieler verlassen uns davon badstuber heger hotman kobe pasalic richter alonso alonso oder rios wie auch immer und söckler ich glaube vor allem glaube vor allem hotman pasalic und söckler sind glaube ich welche die leuten die mit bisschen mehr ahnung haben von u21 ein bisschen wehtun die man hätte gerne halten können aber nur so die news dass auch wie bisher die u21 gecovert ist so ein bisschen das was ja von unten auch hoch kommen könnte zum vfb verlassen uns einige spiele wie gesagt auch holger bad schon mal gucken was wo es den hin sieht er wird auf jeden fall weitermachen sagt er hier mal gucken hat es gefühlt hat das gefühl dass was gutes kommt keine ahnung bin mal gespannt also ich sehe ihn schon irgendwo in was ich usa oder sowas ich kann es irgendwie fast nicht sehen dass mal bundesliga macht auch vom niveau her sehe ich es irgendwie nicht vielleicht irgendwas richtung zweite liga dritte liga keine ahnung aber ich würde es ihm fast ja irgendwie ans herz lege doch irgendwo hin wo ein bisschen geld verdienst bisschen chillen kannst karriere ausklingen lassen kannst geh doch irgendwie in die usa was weiß ich australien oder sowas irgendwas in die richtung ich glaube weiterspielen wird er glaube ich schon sagt er ja auch so und natürlich auch schön für uns dann dass er eben knapp drei millionen gehalt was in den gerüchten ist im jahr bekommt jetzt eben nicht mehr bekommt ohne halt quasi für uns richtig zu spielen für nur ein 20 und nicht für die richtige a11 doof gesagt und die letzten news noch zum vfb der golden boy award da geht es hier um quasi die 100 besten spieler die die man auf der webseite von tuto sport voten kann ich glaube um spieler die unter 20 jahre alt sind irgendwie sowas ne unter 21 jahren die besten europäischen spieler unter 21 jahren sind einige bundesliga spieler dabei ich glaube zwölf stück an der zahl ne 13 anzahl ist immer nummer zwölf ist nämlich kundibali hier in der in der slideshow in der bilder slideshow von sky tatsächlich mit drin tongi kundibali mit 20 jahren ist mit drin bisschen verwundert aber gut das sind wirklich da ist wirklich auch absolut alles dabei ne da ist auch irgendwie ein alex timosi anderson von bayern dabei von dem ich noch nie gehört habe der glaube bayern zwei kickt also das sind schon einige dabei trotzdem cool wenn da wirklich auch einer von uns dabei ist ne kundibali der wird das ding nicht holen so ist es nicht aber cool da einen auf der liste zu haben und zum schluss noch der sommer fahrplan vom vfb wir haben am 24 juni die kandidaten präsentation mit der versammlung irgendeinen live stream haben wir da scheinbar am 1 juli ein fan projekt stuttgart mit präsidenten präsidenten und präsidiumskandidatin am 1 juli gibt es den laktat den laktat test dann einen tag später der offizielle training start am klubgelände am 10 juli gibt es das test spiel gegen den fc sandgallen auf dem klubgelände fünf tage später auch klubgelände gegen darmstadt und dann am trainingslager vom 17 bis zum 24 juli in kitzbühel mal wieder und dann am 18 juli wie gesagt auch die mitgliederversammlung modellprojekt mit 5000 teilnehmern um 11 uhr im stadion und dann sechster bis neunten august ist ja erste runde vom dfb pokal und vom 13 bis zum 15 august ist dann der erste spieltag von der bundesliga so wie es hier steht am spielplan nicht bekannt der kommt wie gesagt nächste wahl raus am 25 muss da mal gucken dass ein bisschen mehr noch los an dem tag ob ich da wann ich da die news genau bring aber auf jeden fall kommt an dem tag noch brandaktuell hoffentlich in den news so ist zumindest geplant der spielplan pokalauslosung habe ich gerade meinem kalender noch mal geschaut ist am 4.7 sonntags 18 uhr vierter siebter ist pokalauslosung aber wir kriegen ja sowieso wieder rostock zugewählt deswegen ist das ja recht unspektakulär für uns und alle letzten news noch letztes jahr war es liverpool dieses jahr schreibt der kannst du der blog wenn man der mundo deportivo aus spanien glauben schenken darf haben wir wohl ein test spiel gegen barcelona vor der saison vorbereitung ja da schüttelt es einem ein bisschen direkt wenn man an man city denkt und an atletico denkt beide male irgendwie aus euphorie dicken saison start in der arena gegen dicken klub beide male gut ausgesehen gegen man sind natürlich noch besser gewonnen alle dachten hype beide male direkt nach dem ding abgestiegen aber scheint ein bisschen vorbei zu sein werden letztes jahr auch liverpool aber halt auch nicht groß aufgemacht deswegen hoffe ich dass es bei barcelona auch so nicht auch so der fall ist das halt irgendwie im trainingslager oder ganz normal irgendwo das spiel stattfindet genauso wie liverpool war auch ganz normal im trainingslager ohne dick zuschauer dann scheinen wir diesen fluch da auch nicht zu haben mal gucken wir natürlich cool so ein mess mit barcelona wäre nicht verkehrt auch liverpool war ganz nett einfach mal gegen so große klubs zu spielen auch wenn es sich vorbereitungsspiele sind und jetzt auch nicht an die große glocke zu hängen ist damit ja werden wir durch diese woche bin gespannt ob jetzt die nächsten ein zwei tage direkt die news kommen von wegen ganz alles ist weg ich glaube da wird sich nur gefühlt um stunden handeln mal gucken was da so geht wie gesagt wieder gerne überall eure meinung zu reinballern zu jeglichen themen wir besprochen haben sonst würde ich euch ein schönes wochenende morgen kommt der stream gegen portugal wo man natürlich na bei deutschland ein bisschen hoffen müssen aber ich habe sehr bock auf den stream egal also du nicht nicht egal wie spiel wird aber spiel unabhängig wird es wieder ein geiler stream wieder mit dem mikrofon gefühlten studio aufbauen wer da schon gegen gegen fraggleich dabei war hat es gesehen absolut feierbar was er mittlerweile alles so geht auch wieder mit guten kollegen mit dem nico am start natürlich da gerne einschalten sonst bedanken wir fürs zuhören fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal